Halb eins. Ja, der Wind ist schon wieder zu stark hier oben am Gipfel. Ja, wir warten einfach noch einen Augenblick. Vielleicht nimmt er ja ab. Und wer hätte, tragen wir den ganzen Kram halt wieder runter. Ja, so ist es manchmal hier in Alaska. Ja, der Wind ist schon wieder zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018